Ben, bist du bereit? Wie immer. Wie immer, oder? Wie immer. Moin, moin, servus, grüß dich und hallo. Herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Uns gibt es sehr, sehr lange. Aber noch nicht so lange wie, naja, sagen wir noch nicht so lange wie die Investition von Meta in das Unternehmen Oculus. Und das machen wir heute auch zu unserem Thema. Und mir ist eine Sache aufgefallen, Ben. Mir ist ohne Scheiß, mir ist eine Sache aufgefallen. Entweder haben wir uns darüber schon unterhalten und ich habe es leider vergessen, weil du weißt, mein Gehirn ist ein Sieb und so. Aber ich kenne überhaupt nicht deine allererste VR-Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ich kenne deinen VR-Moment überhaupt nicht. Und ich dachte mir, das ist für mich, weißt du, bei dieser Zehn-Jahre-Story, die wir heute ausrollen und lang und breit besprechen werden, wäre das für mich eine sehr interessante Anekdote. Ja, ich erzähle ja sehr gerne einen Schwank aus meiner Jugend. Von daher kann ich das hier an dieser Stelle gerne tun. Geht allerdings diametral entgegen der Konzerngeschichte, die wir heute beleuchten wollen. Das macht ja nichts. Der erste VR-Moment war mit der HTC Vive. Ist ja eigentlich auch der bessere gewesen, ne? Das ist, also damals, damals definitiv, ich war davon, also schwer davon überzeugt, also nicht nur natürlich mit der Lighthouse-Tracking-Geschichte. Die hat einen Riesenunterschied gemacht damals, im Gegensatz zu diesen komischen, na wie hieß denn das noch, dieses mit diesen kleinen Kameras, die man da irgendwo ins Bücherregal gestellt hat von Oculus. Wie hießen die noch? Die hatte so einen Namen. Die hatte einen Namen. Die hatten einen Namen. Ja, ja, ganz komisches Tracking. Kurzer Hinweis aus dem Off-Constellation-Tracking war das Wort, das uns nicht eingefallen ist. Ja, ja, richtig. Aber das war irgendwie, also das war nichts, hat mir nicht gefallen und die HTC Vive, das war so mein Ding und ich muss sagen, leider hat es Vive nie wieder geschafft, an den Erfolg damals anzuknüpfen. Ich liebe das Teil immer noch, also spätestens nachdem dann der Deluxe Audio-Strap kam, den ich dann da dran gebaut habe, habe ich das lange, lange, lange verwendet. Also großartiges Tiny und mein erstes, mein erstes wirklich, oder meine VR-Taufe, das war in der Tat The Lab. The Lab von Valve und es ist bis heute immer noch eines meiner Demo-Software oder Demo-Apps, die ich zeige, wenn ich jemandem mal irgendwie sowas zeigen möchte, weil das so in der Gesamtheit dessen, was dort abgebildet wird, einfach cool ist und vor allem auch einfach zu verstehen. Wirklich, ja. Ja, es ist wirklich, die haben sich wirklich Gedanken damit gemacht, hat seinen Grund, warum Valve in der Hinsicht wirklich, wirklich gut ist. Ich würde sagen, Alex ist polierter, aber Alex hat nicht so einen schnellen, geilen Einstieg. Also du könntest auch andere Sachen mittlerweile zeigen zum Glück, aber The Lab ist halt so zum Reinkommen für Erstlinge echt Bombe. Ja, das war wirklich, wirklich sehr gut und was dann ebenfalls im Rahmen meiner Initiation sehr cool war, das ist so eine, ich weiß leider nicht mehr den Namen, aber das war so eine App gewesen, in der musste man dann halt unter anderem in einem Innenraum, aber ohne Geländer an so Abgründen herumlaufen. Also da hast du wirklich, dann ging es dann steil bergab, so ein bisschen Ritchie's Plank Experience mäßig, aber und ich muss sagen, das Lustige damals war vor allem, und das habe ich übrigens bis heute in vielen Fällen, wenn die App gut gemacht ist, ich kann nicht über virtuelle Abgründe gehen. Und das war auch damals so. Ich habe dann wirklich, also die Höhenangst ist nicht mehr so da, das ist, das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie es gemacht ist, aber meistens, damit komme ich ganz gut klar, das heißt, ich kann auch schön runtergucken. Was ich nicht kann, was mein Hirn mir verbietet, ist, den Schritt zu machen auf das Nichts. Obwohl ich es weiß, es geht nicht. Ja, ja, du bist, du bist, du bist quasi rational genug, dass dir dein Kopf sagt, die Höhe ist nicht echt, aber alter, dein Fuß jetzt da draufstellen musst du jetzt auch nicht so kommen, lass es uns doch nicht herausfinden, okay? Genau, exakt. Das ist wirklich witzig. Aber, 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 um das Jahr so ein bisschen einzuordnen, also ich meine, du hast ja gerade die Rift-Sensoren, so hießen sie laut schneller Google-Recherche anscheinend, Rift-Sensor, die Zeit war auf jeden Fall, HTC Vive war draußen und Oculus gerade zu dem Zeitpunkt nur mit Rift-Sensoren, das heißt also, es muss so, es muss so um 2016 herum gewesen sein, also das heißt, 2016 ist die Rift erschienen und da gab es dann ja damals, das vergisst man auch gerne, bei der Rift gab es ja dann damals tatsächlich am Anfang nur einen Xbox-Controller mit dabei, da war ja noch gar nichts mit Händen, also Hände kamen ja dann erst im Dezember dazu und, ähm, oder im Dezember des, des, des gleichen Jahres, das heißt, es muss so um den Dreh gewesen sein, das heißt aber auch recht früh. Ja. Ja, das heißt, am Ende recht früh. Bei mir war es, danke, dass du fragst, bei mir war es tatsächlich das DK2, also die allererste, oder nein, nicht das allererste, sondern die zweite Entwickler-Iteration, die man damals bei Oculus direkt kaufen konnte. Hattest du die schon vorher mal irgendwie in einer Demo oder sowas ausprobiert? Genau, also bei mir ... Da gab es ja diese lustigen Räume, die dann mit irgendwie so Aufklebern am Rand teilweise, das war eine ganz freie Geschichte. Ach so, ah, nee, 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 also ich war keiner, der dieses sogenannte Duct-Tape-Modell oder sowas auf dem Kopf hatte auf irgendeiner Messe, sondern bei mir war es, ich hab quasi diese Kickstarter-Kampagne lief und ich wusste nicht, ob ich dieses Ding jetzt kaufen soll oder nicht. Und hab dann irgendwie rumgefragt und hab dann jemanden entdeckt, der tatsächlich auch schon eins hatte, also er hatte aus irgendwelchen Gründen, hatte er dieses DK2 schon bei sich zu Hause, war irgendwie 70 Kilometer entfernt, das war mir damals die ganze Schose wert, dann bin ich da hingefahren. Und alles, was ich damals gesehen habe, war einen dreidimensionalen Schreibtisch vor dir, also mit so einer Pixar-Lampe drauf und mit so einer scheiß Cartoon-Blume, also wirklich simpel. Aber die Tatsache, dass ich ein ultra-stereoskopisches 3D-Bild hatte und ich mich da drum rum bewegen konnte, hat für mich instant zum Bestellen geführt, wo ich dachte, okay, der Rest wird nur noch geiler. Weil dieser Schreibtisch, diese Schreibtisch-Szene, auf die du geguckt hast, mich schon so geflasht hat. Ich glaub, dann hatte ich noch irgendwie, ach ja, genau, dann hatte ich noch irgendwie so eine Schaukel, so eine Schiffsschaukel, die hab ich nach 30 Sekunden ausgemacht und hab gesagt, Junge, lass es sein. Stichwort, du hast keine Höhenangst mehr. Ich würde sagen, meine Motion-Sickness ist ein bisschen besser geworden, aber ganz verschwunden ist sie bei so Hardcore-Geschichten dann am Ende auch nicht. Aber ich weiß, und das war bei mir damals 2014, das weiß ich deswegen, weil ich danach so bescheuert war. Ich bin dann auf zwei, drei Meetups gegangen, lange bevor das Ding dann released war, sondern es gab dann so Entwickler-Meetups im Kölner Raum. Und ich bin auf zwei, drei Meetups gegangen und wusste, ich muss in diesem Bereich arbeiten, hab meinen damaligen Job gekündigt, hab dann das Start-up gegründet und der Rest ist quasi Geschichte. Also das heißt 2014, 2015 bin ich dann echt in die Branche eingestiegen. Abwärts, sagen wir, eine ganz leicht steigende, aber meist aus der Perspektive von zehn Jahren eine gerade Linie. Okay, sagen wir eine gerade Linie. Eigentlich ist es ja ein Erfolg, es ist nur anstrengend. Es ist wirklich schwierig. Gut, aber warum diese Anekdote? Am Ende ist es so, wir reden heute in dem Cast zu einem Zeitpunkt, wo die Investition von Facebook damals in Meta, Entschuldigung, um Gottes Willen, die Investition von Facebook, jetzt Meta, in das Unternehmen Oculus exakt zehn Jahre her ist. Das heißt also, im Frühjahr 2015, 2014 war es so, dass Facebook angekündigt hat, in dieses Start-up zu investieren. Und damals war ja die Rift 1, also die allererste Consumer-Version, noch gar nicht erschienen. Und ich glaube auch, diese Rift 1, diese erste Consumer-Version, hätte es ohne die Facebook-Kohle in der Form auch nie gegeben. Ja, weil wir hatten irgendwo, hatten wir den Status eines klassischen, kennst du diese Kickstarter-Projekte, in die du investierst und hoffst, dass es geil wird, aber eigentlich wird es scheiße. Und wir waren an dem Punkt, ohne Scheiß. Davon gab es jede Menge. Und die Rift war, oder die Oculus Rift damals, war einer dieser Dinge. Sie war community-driven, sie war gefrickelte Hardware. Es war ein Wunder, dass Palmer Lucky damals überhaupt dieses DK1 und dieses DK2 rausbringen konnte, was großartig war für damalige VR-Verhältnisse, weil er ja aus verfügbarer, günstiger Hardware, also ein normales Handyscreen, normaler Handyscreen war davon drin, irgendwelche Bewegungssensoren, die zum damaligen Zeitpunkt günstig zu erwerben waren, hat er es geschafft, ein bezahlbares, günstiges VR-Headset zu kaufen. Und dann, booms, kommt Facebook um die Ecke und sagt, wir investieren. Und ich warte ja immer noch auf den Netflix-Film, Ben, aber ich glaube, das war der Moment, wo Mark Zuckerberg seinen Erzfeind erschaffen hat. Weil mit der Kohle, die Palmer Lucky damals bekommen hat, baut er jetzt, was, menschenvernichtende Drohnen, die unsichtbare Grenzen zwischen Mexiko und Amerika überprüfen. Nein, Home-Defense-Produkte, Entschuldigung, so klingt es natürlich patriotisch. Aber das heißt also, Palmer Lucky hat sein Ansehen und seine Kohle und auch sein Genie, was er mit Sicherheit auch irgendwo hat, hat er dann nach dem Weggang. Ja, er ist dem Ruf des Geldes gefolgt, ne? Ja, also, ganz abgesehen davon, dass er wahrscheinlich, also so alles, was man weiß, auch an sich ein charakterlich schwieriger Mensch ist, aber das mal dahingestellt, er ist dahingegangen, wo er sich am meisten versprochen hat. Gut, du bist auch charakterlich schwieriger Mensch, weißt du, aber du würdest jetzt nicht in Rüstungsindustrie investieren, glaube ich. Ja, also, Genie und Wahnsinn liegen ja nah beieinander. Ja, ja, das ist so, ist nicht so ganz meins. Ja, es ist schwierig gewesen, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, wir haben ihm in seiner Person und auch in seinem Netzwerk und allen anderen Menschen, die damit zu tun haben, haben wir viel zu verdanken. Ähm, in Summe, lass mal gerade durchzählen, also, wenn wir mit der Rift 1 anfangen, wir hatten die Rift 1, wir hatten die Rift S, wir hatten die Oculus Go, wir hatten die Quest 1, wir hatten die Quest 2, wir hatten die Quest 3, also, wir haben sechs, sechs Produkte über eine grobe Laufzeit, also, die Rift, wir müssen bald, in zwei Jahren müssen wir nochmal Geburtstag feiern, weil 2016 kam erst die Rift raus, das heißt, also, 2026 müssen wir dann zehnjähriges Bestehen von Consumer 4R feiern. Ähm, also, das heißt, in den letzten, in den letzten acht Jahren gab es sechs VR-Geräte aus dem Hause Meta und bin übrigens immer noch ein großer Fan der Oculus Go. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Meine Damen und Herren, damit weiß ich nicht, wie ich diesen Cast noch weiter ernsthaft führen soll, aber ich verstehe, was du sagst, ich verstehe, was du sagst. Ich hab, ähm, ich fand die grandios, äh, weil ich hab die häufig zum Videogucken benutzt, ne, also zum 180 oder 360 Grad Videogucken und dann auch als Big Screen VR mit seinem Zeug rauskam, hab ich genau das auch ausprobiert, also, zu schauen, wie kann ich dort vielleicht so einen kompletten, ähm, 3D-Film drauf gucken. Ähm, warum fand ich die so cool? Das stimmt, ja. Also, das eine war super leicht, super bequem, ähm, die konntest du ewig tragen, also, oder nein, anders gesagt, die hättest du ewig tragen können, wenn es Filme gegeben hätte, die das Ding auch abspielen hätte können. Denn das Problem war gewesen, wenn man dann losgelegt hat mit einem etwas aufwändigeren Film oder mit einem, mit einem richtigen Kinofilm, so nach 20 Minuten ist das Ding so warm geworden, dass es sich abgeschaltet hat. Stimmt, ich erinnere mich. Oh Gott, das hab ich ganz vergessen. Das hat mich total abgefuckt, aber sonst so für, ich hab da noch eine ganze Weile ganz viele so 360 Grad Videos geguckt und, äh, auch teilweise ziemlich viel Shit. Also, wir hatten da auch damals eine Kooperation mit der Telekom, die hatte noch damals ihr Magenta VR, bevor sie dann intern, äh, natürlich wieder mal, ich nenn's immer den Mediamarkt-Way gegangen sind und uns das einfach gescrappt haben, weil es nicht den Erwartungen, ähm, äh, entsprochen hat. Äh, da hab ich jede Menge davon geguckt und da war das, also, die gingen dann meistens so acht, neun Minuten oder so, äh, ne, manchmal auch deutlich kürzer. Dafür war das wirklich, wirklich gut zack aufgesetzt, gestartet. Gut, es gab diesen, ne, diesen blöden Pointer, also dieses 3DOF war das ganze Ding, ja, das war halt scheiße, aber für Videos dieser Art sehr, sehr coole Geschichte gewesen, hab ich bis heute gute Erinnerungen dran. Das, also, das Krasse war für mich damals, es war ein unfassbar poliertes All-in-One-Gerät, also ich war, ich war wirklich damals von der Produktionsqualität erstaunt und, korrigier mich, aber der Preis lag ja damals bei 220 Euro für die kleine Version. Vergleichsweise, überleg mal, überleg mal, 220 Euro, ja, und dafür, und dafür konnte das Ding wirklich eine Menge für damalige Verhältnisse, ja, also das war, ich weiß, dass, ähm, wir hatten natürlich damals hier im, im Mixcast, das weiß ich noch, mit Matthias und mit, mit, mit Sven und wer nicht alles damals noch im Ruster dabei war, ähm, wir hatten natürlich damals immer diesen Clinch, dass wir nicht die größten 360-Grad-Fans waren, weil wir kamen alle aus dieser Überzeugung heraus, dass drei, oder, dass drei Dov VR nicht die Zukunft ist, und rückwirkend würde ich sagen, hatten wir recht, zum damaligen Zeitpunkt, 100 Prozent, aber, aber, aber aus der Übergangsperspektive heraus, ja, aus der Übergangsperspektive heraus, und, sag mal, Leute damals mit VR in Verbindung zu bringen, würde ich schon gern mal wissen, das können wir ja mal in unsere Community ausrichten, wer damals mit der Go eingestiegen ist, und danach dann aber gemerkt hat, er will eigentlich mehr, und hat dann in die nächstgrößere Hardware investiert, also ich will nicht ausschließen, dass die Go das erreicht hat, für diesen niedrigen Einstieg, und das, und das muss man ja anerkennen. Bei einigen mit Sicherheit, bei einigen mit Sicherheit. Also das heißt, diese, diese Portabilität, sagt man das so, die war ja damals für mich so krass, man hat also jetzt VR in der Hosentasche, ähm, ich muss aber sagen, der, der größte Moment, der aller, aller größte Moment, wo man gemerkt hat, was so Facebook-Millionen oder Milliarden anrichten können, gab's ein Jahr später, 2019, also 2018 kam die Oculus Go raus, den gab's 2019 mit dem Release der Quest 1. Ja, du hast das Baby gerade hinter dir stehen, und ich muss jetzt mal kurz abnerden, wir kriegen manchmal zu hören, wir sind manchmal zu technisch, aber Leute, was, was damals technisch auf den Markt gebracht wurde, hat mein Kopf gesprengt, ja, wir kommen aus einer Welt, wir kommen aus einer Welt, wo vorher Base-Stations aufgebaut werden mussten, kalibriert werden mussten, und diese Kalibrierung hat dafür geführt, hat dafür gesorgt, dass ich in einem Space von 10, von 5 mal 5 Metern, an einem fixen Ort, Sechsdorf VR genießen konnte, und wir haben damals, bis zum damaligen Zeitpunkt, ohne Scheiß, kein Witz, Podcast gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, ob es zukünftig ein Teil unseres Wohnzimmers wird, Base-Stations im Wohnzimmer zu haben, ja, ey, Ben, wir konnten es uns nicht besser vorstellen, ja, es war halt so, ja, wir haben darüber gesprochen, ja gut, dann hat halt übermorgen jeder irgendwo links und rechts in der Ecke Base-Stations im Wohnzimmer hängen. Und nicht zu vergessen, wenn wir, wir haben damals ja auch darüber schon gesprochen, ob man gegebenenfalls das auch ohne machen könnte, also dass das alles autark ist, wie häufig haben wir damals darüber gesprochen und gesagt, nein, auf gar keinen Fall, das ist noch Jahre weg, das ist ganz viele Jahre weg, können wir uns absolut nicht vorstellen, also wie groß soll denn das Ding sein, was ich mir da ins Gesicht packen muss, und muss das dann vielleicht ein Motorradhelm sein, oder wir haben dann darüber spekuliert, dass es gegebenenfalls dann ausgelagert wird, also man trägt es dann an einem Gürtel, so wie man den Akku, der Apple Vision Pro gerade. Hallo, da sind wir wieder, weil, weil, warum, weil das, was damals im Raum stand, war, guck mal, das Gerät müsste selber ein Laser in den Raum schießen, müsste sich, müsste sich selber im Raum orientieren, müsste sich selber tracken, und nicht nur das, nein, es müsste die eigene Bewegung auch wieder herausrechnen, also rückwärts rechnen, damit die Controller stabil im Raum bleiben, weil, wenn ich die Controller vor mich halte und meinen Kopf nach vorne und hinten mache, aber mein Controller bleibt mal an Ort und Stelle, dann dürfen meine Controller ja sich ja plötzlich, also sie, weißt du, also sie müssen ja gegengerechnet, es war für mich technisch einfach so eine Sache, wo ich gedacht habe, ah, das ist irgendwann möglich, und 2019 kommt auf einmal Quest 1 raus, und ich dachte mir, holy moly, sie haben einfach ein Standalone-Sexstoffgerät gebaut, und damit waren natürlich alle Obsurdität eines, eines, eines Vive-Tracker-ausgestatteten Wohnzimmers, waren natürlich obsolet, nicht nur das, ja, sondern du, du konntest plötzlich einfach aus dem Koffer heraus überall dein VR-Space haben. Und, 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 und was, das war ja, das war ja noch zusätzlich mindblowing, nicht nur das, du hattest das, du hattest diese Experience, das war schon feil genug, aber du konntest mit einem einfachen, simplen USB-Kabel deinen Computer anschließen. Ja. Und trotzdem Steam VR zocken, und ich weiß ganz genau, und das werde ich niemals vergessen, und deswegen, ne, dieses, dieses Baby hier, ich streichle es hier gerade, diese schöne alte Quest 1, ich werde sie ewig lieben, ich habe auf dieser Quest 1 im Hochsommer, also, beziehungsweise an einem Hochsommer-Sommertag, an einem Hochsommer-Tag, an einem Tag Half-Life Alyx damit durchgespielt. Ja, das ist geil. Und das werde ich niemals vergessen, dass, egal wie schwer, ne, ich meine, das Ding ist auch echt heavy, also, wenn man sich jetzt mal zum Vergleich aufsetzt, jetzt hier mit der Quest 3. Ging das mit deiner Brille? Ja, das ging mit deiner Brille, oder? Ich habe das, genau, ich habe, also, Brille ging auch, aber ich habe natürlich die VR-Optiker-Einsätze, da schwöre ich drauf, seit der HTC Vive damals, also, ich habe mir die relativ schnell geholt, und seitdem immer wieder, und damit habe ich das dann gezockt, und das ist halt auch, also, ich weiß noch ganz genau, also, A, natürlich war es unfassbar warm an dem Tag, das hat mich überhaupt nicht gestört, weil einfach Half-Life Alyx, das zieht einen so in den Bann, war mir vollkommen egal. Weil, ähm, was man halt wirklich gemerkt hat, ist einfach so das Gewicht, was vorne, ähm, auf die Nase oder aufs Gesicht geduft hat, oder? Das war, das war wirklich, wirklich, ähm. Aber, aber kannst du dich auch noch zurückerinnern, wie man damals zwar gesagt hat, ja, okay, es ist schwer, aber dafür ist halt alles da drin, also, ich meine, man war so geneigt dazu zu sagen, ey, das ist ja verkraftbar, ne? Also, ich meine, dafür, für das, was man bekommt, das ist ja nicht viel. Jetzt mit, mit einer Quest 3 oder so weiß man, wie, dass es natürlich besser geht, aber für damalige Verhältnisse war das ein Moment. Also, es gibt Menschen, wo, war das ein Moment, schwitzen ihre Füße in so ganz, ganz enge Schuhe, einfach, weil sie gut aussehen. So, die, das tut dann auch richtig weh, das sagen die auch selber, das ist dann, das ist dann, das ist wirklich schmerzhaft, aber, das, da zieht man es durch und läuft den ganzen Abend damit rum und, na, ich hab mich hingegangen und gesagt, ich setz mir dieses riesige Teil auf und den Schmerz, den ich im Gesicht verspüre, den, das ist, äh, eine geile Analogie. Also, sehr, da hilft natürlich auch sehr, äh, einfach die Tatsache, dass, das, was ich dort gespielt habe, nämlich Half-Life-Lex mich so in den Bann gezogen hat, dass man das gar nicht mehr so sehr gemerkt hat. Ich musste auch Pausen machen an dem Tag, also, es geht natürlich nicht komplett durch und es hat auch seine Ladezeit, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, hat das direkt geladen, ich glaube, es hat sogar, wenn man es angeschlossen hat, direkt geladen, ne? Mit dem richtigen Kabel hat es direkt geladen. Also, ich hatte ja das richtige, ich hab das Glasfaserkabel, das teure von, von Meter, äh, hab ich gehabt, das war ja auch so extra, extra dünn, also, ich hatte vorher so ein anderes, äh, von Amazon mit Verstärkerkabel und hast du nicht gesehen, so ein dickes, steifes, das hat irgendwann genervt. Dann hab ich gesagt, ach komm, drauf geschissen, gibst dir die 100 Euro nochmal aus, also 90 waren's, glaube ich, äh, und hast dir das Ding geholt und ich hab das Kabel immer noch hier, ähm, für gewisse Gelegenheiten und es funktioniert immer noch, ähm, das war wirklich, ach, das war toll, ich weiß noch genau, es war ein Mittwoch. Aber das ist nochmal ein guter Punkt, ne? Aber das ist nochmal, das ist nochmal ein guter Punkt, also ich mein, zum einen, äh, schönes Erlebnis, weil die gute Brille und, also, ohne zu fragen, natürlich auch das gute Spiel dafür gesorgt hat, dass du, äh, eine richtig exzellente, ja, VR-Erfahrung hattest, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, ich habe aber Half-Life Alyx auf einer, auf einer Vive Pro 2 gespielt, meine ich, gab sie da schon? Äh, ich weiß es nicht, ähm, oder auf einer Vive Pro. Ja, irgendwie sowas, ja, ja, auf jeden Fall, äh, die 2 gab es erst vor zwei Jahren, das ist zwei Jahre alt, oder? Dann, dann war das, dann war das, dann war das halt, dann war das, dann war das eine Vive, auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte, war, du hast einen schönen Moment gerade nochmal draufgerufen, plötzlich war es damals nur noch so, dass man sich über das Kabel sorgen machen musste, ne? Also, das heißt, die Base-Stations waren obsolet, äh, und dann war es halt, ja gut, dann habe ich halt nur noch diesen Kabel am PC, aber das ist ja auch nicht weiter tragisch, ja, und meine Güte, die, die Leute, die damals gegen Kabel gestimmt haben, haben gesagt, das Kabel muss weg, da habe ich dann immer unverständniserweise mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, Leute, also, wo ist das Problem, wenn man sich einwickelt, dann dreht man sich einmal kurz zurück und die Sache ist wieder gegessen, oder, ich hatte auch so einen Automatismus, ohne zu merken, einfach über das Kabel drüber zu steigen, oder so, ich hatte nie ein Kabelproblem, aber es hat mich schon immer genervt. Ich bin immer auf Socken rumgelaufen, und dann hast du ja sofort gemerkt, wenn du auf das Ding getreten bist, und dann konnte, dann habe ich es immer mit so einer, ganz elegant, das sah sicher super aus, ganz eleganten Bewegung habe ich das dann weggestoßen, das Kabel. Ich weiß nicht, und ich weiß nicht, warum, aber ich erwische mich heute noch dabei, auch ich habe noch so ein Kabel wie du damals, auch ich habe noch so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es das Original ist, aber ich habe auch noch so ein Premium Deluxe, 100 Euro absurd teures Kabel. Das war Glasfaser, hallo, frag mal die Telekom, was mit Glasfasers und wie viel du bezahlen musst. Ich erwische mich immer noch dabei, dass ich trotz, obwohl Air Link ja kurz danach veröffentlicht wurde, oder beziehungsweise generell ja viele Wireless-Möglichkeiten zum Streamen von PC-Inhalten verfügbar sind, ich trotzdem manchmal noch aufs Kabel zurückgreife. Ich weiß eigentlich nicht, warum. Ja, mittlerweile ist es eigentlich nicht mehr. Also Steam Link oder Air Link reicht mir da vollkommen aus. Ja, ich glaube, bei mir ist es so ein Automatismus, weil ich dadurch, dass ich damals zumindest und auch jetzt noch VR-Projekte entwickle und du halt teilweise das, also du legst die Brille halt viel zu oft weg und dann immer wieder dieses Air Link irgendwie anzumachen und gerade wenn du so irgendeine, irgendwas direkt aus dem Editor heraus startest, dann ist das Kabel irgendwie immer verlässlicher. Da gibt es einen Trick, daher kommt das. Da gibt es einen super Trick, man kauft sich eine Quest 3, dann kannst du nämlich durchgucken. Die habe ich ja, die habe ich ja. Da müsste man sie nur noch nutzen, dann geht das, ja. Na, aber worauf wir eigentlich hinaus wollten an diesem sentimentalen Tag heute ist, dass, auch wenn ich rückwirkend sagen muss, Ben, ich glaube, ich hätte mir die Branche weiter vorgestellt nach dieser Zeit. Also blenden wir mal diese schön klingenden zehn Jahre aus. Die zehn Jahre sind ja rein von der Investition her betrachtet. Gehen wir mal auf die acht Jahre, die wir jetzt dann haben, weil 2016 dann das erste Produkt dieses Unternehmens herauskam, sind wir trotzdem an einem Punkt, wo ich damals, ich hätte nicht gedacht, dass wir heute alle im Metaverse leben. Ich war nie jemand, der gesagt hat, in zehn Jahren oder in acht Jahren gibt es mehr VR-Brillen als Smartphones auf der Welt. Aber von der Marktdurchdringung her habe ich mir schon ein bisschen mehr erhofft, gerade dann durch so Lichtblicke wie eine PSVR, PSVR 2 und alles, was da so die letzten acht Jahre in den Markt gedümpelt ist. Ich habe wirklich gedacht, wir haben jetzt einen anderen Status Quo und bin noch umso mehr, darauf wollte ich hinaus, umso mehr dankbar, dass Meta nach wie vor durchhält und Hardware auf den Markt schiebt. Jährlich fast. Ja, kann ich so unterschreiben. Also man ist, glaube ich, sehr, sehr geerdet worden in den letzten Jahren. Also natürlich auch wir hatten den großen Vorteil, dass wir das Ganze natürlich immer wieder durchkauen können, auch öffentlich hier im Mixed Cast. Unsere Prognosen und unsere Fails und ich glaube, wir haben auch ziemlich viel Unsinn immer mal wieder erhofft vielleicht in vieler Hinsicht, was auch vollkommen in Ordnung ist, da wir ja so ein bisschen auch so ein bisschen Dreamer sind, was das angeht oder Visionäre. Aber ja, ich kann vollkommen nachvollziehen, was du sagst, dass es für mich schwierig nachzuvollziehen ist, wie man diese Faszination dafür nicht teilen kann. Und diese Faszination wird von sehr wenigen geteilt. Ich habe gestern einen Vortrag gehalten hier in Leipzig zum XR-Meetup. Das war ganz cool. Und ich habe gesagt, auch das, was wir festgestellt haben, ist, das, was wir hier gerade machen, worüber wir reden, die XR-Branche, die Nische, das ist nicht nur eine Nische, die ist so klein. Die ist so klein. Es gibt da draußen Millionen Menschen, die haben noch niemals etwas von einer Quest oder einer Vision Pro gehört. Denen ist das komplett egal. Die hat das bis dato überhaupt nicht interessiert und wenn man mit ihnen spricht, dann sagt man so, wie, was? Virtual Reality? Ja, das habe ich vielleicht schon mal irgendwo gehört, aber kann ich mir nicht so davor vorstellen, interessiert mich auch nicht. Wir haben schon tausendmal darüber geredet, woran kann das liegen und müssen ausprobieren und bla und dies und jenes. Vollkommen irrelevant. Aber du hast vollkommen recht, diese Langsamkeit in der Entwicklung und natürlich auch, und das ist ebenfalls eine Sache, die gerade vor zwei Wochen hat mich ein Bekannter angesprochen hat, gesagt, hier komm, ja, ich habe irgendwie keine Lust und keine Zeit, ich will meine Quest 3 loswerden, will die jemand? Und ich habe nur gedacht, so, Alter, was stimmt mit dir nicht? Ich meine, du bist VR-Nerd eigentlich, du bezeichnest dich selber als VR-Nerd, aber du verkaufst jetzt deine VR-Brille? Warum? Ja, ich meine, also wirklich liquide machen kann man die nicht mehr, ja, also das heißt, auch wenn er jetzt irgendwie das Argument hätte, er braucht gerade Kohle, ich glaube, das reicht vielleicht für einen Wocheneinkauf, je nachdem, wie groß die Familie ist, genau, aber ich stimme dir dazu, es ist wirklich krass. Was mich noch interessieren würde, ist, wir haben nämlich tatsächlich ein Produkt gerade vergessen, glaubst du, Meta hätte das Ganze beschleunigen können, indem sie, sagen wir mal, prinzipiell etwas mehr auf die Kacke gegauen haben? Weil wir haben nämlich gerade die Quest Pro in unserer Aufzählung vergessen, das heißt also, es sind insgesamt sieben Headsets, die rauskamen und die Quest Pro ist aus Gründen bei uns beide gerade in Vergessenheit geraten, weil sie einfach leider so eine Rohrkrepierer war und ich glaube immer noch, meiner Meinung nach liegt das daran, weil sie dieses, das Ding war weder Fisch noch Fleisch. Ja, nein, also ich bin ganz bei dir, also es war natürlich nicht das, was man sich erhofft hat, also alleine, wenn ich mir überlege, das Ding war irgendwie schwerer als die Quest 1, also hallo, Leute, was habt ihr da gemacht, das hat mir das Nasenbein gebrochen, aber es hat ja auch einige sehr, sehr coole Insights gebracht, Vor allem hat es eigentlich darauf hoffen lassen, dass Sony vielleicht in seinem nächsten Headset keine Fresnel-Dinsen verwendet, sondern eben halt auch Pancakes, weil man sehen konnte, in diese Richtung geht es. Ja, stimmt, ja. Ich habe wahrscheinlich auch einiges davon versprochen, was dann einfach nicht eingetreten ist, was auch wieder wichtig ist, wenn man Marktforschung betreibt und so weiter und so fort, also ich will das gar nicht alles schlecht reden an der Stelle, auch wenn es strategisch auch kompletter Reiß war, das vor der Quest 3 irgendwie so in dieser Form rauszubringen, weiß ich nicht, haben wir schon tausendmal drüber geredet, aber vielleicht um den Punkt, den du eigentlich machen wolltest mit dem Marketing, beziehungsweise hätten sie es mehr pushen müssen, sie hätten es anders. Pushen müssen, glaube ich. Ah, du meinst nicht technologisch? Nicht technologisch, sondern die Software. Die Software hat einfach, die ist für mich einfach viel zu kurz gekommen in der gesamten Zeit, auch wenn sie die größte Bibliothek haben, ist nie genug reingekommen und vor allem auch nie genug Großes. Nie genug Marken, die eine Zugkraft, eine Sogkraft entwickelt hätten, wo die Leute gesagt hätten, boah, das will ich und vor allem auch Dinge, wo du immer mal wieder, also immer wieder reingehst, immer wieder. Das ist mir noch viel zu kurz gekommen, wobei ich auch wiederum, und damit mache ich dann den Punkt unter meinen Sermon, wobei ich mir auch vorstellen könnte, auf der anderen Seite, dass sie das noch gar nicht aktuell zum jetzigen Zeitpunkt wollen, sondern sie sind noch nicht an dem Punkt, auch mit der Quest 3, noch nicht an dem Punkt, wo sie sagen, das wird so lange beim Nutzer, bei der Nutzerin verbleiben, dass wir wirklich dafür sorgen müssen, dass jede Woche was Neues kommt. Und das kann ich mir vorstellen, dass es strategisch ihr Weg gibt. Also da waren so viele gute Punkte bei. Ich versuche mal gerade den ersten aufzugreifen, damit ich nur meine eigene Note reinbringen kann. Ich weiß, dass damals beim Ankündigen von Quest Pro ich wirklich gedacht habe, wir sehen, was die Reality RecLabs leisten können. Ich dachte, sie hauen alles raus und scheißen auf den Preis. Ich hab's mir fast gewünscht. Wir hätten alle laut gelacht, für 4.000 Euro ein Headset rauszubringen. Haben sie, aber sie haben nicht so hart auf den Preis geschissen, wie wir uns jetzt gehofft hätten. Okay, genau. Ich glaube, sie hätten damals einen ähnlichen Apple Move machen können mit einem 4.000 Euro Gerät, was gezeigt hätte, was machbar ist. Ähm, und wir hätten sich zumindest ein Denkmal gesetzt für die technisch beste VR-Brille, die damals, ähm, man sich auch nur vorstellen hätte können. Und ich geb dir recht, im Vergleich zum Quest 3 Release kurz danach, also wenige Monate später, war der Mehrwert einfach nicht vorhanden. Also, das Gerät hat dreimal so viel gekostet, äh, und hat nur Eye-Tracking mehr gehabt, ja. Und, ähm, das war, und ich glaube, und das, genau, und das Face-Tracking, und am Ende sogar das schlechtere Pass-Through, wenn man so will, ja. Ja. Und das war, das war selbst für ein Death-Kit, nennen wir's mal so, ja. Also, wir haben ja damals versucht zu sagen, naja, gut, das ist jetzt ein gutes Death-Kit in Vorbereitung für Quest 3. Selbst dafür war es nahezu zu teuer. Ja. Ähm, oder, oder der Abstand auch zu gering. Dann hast du gerade gesagt, dass, dass sie, äh, am Ende marketingtechnisch oder auch lizenztechnisch hätten mehr tun können. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, weil, wenn ich jetzt so nachdenke, also, es gab alle großen Marken, die mir so spontan einfallen, die für mich, für mich, für mich relevant wären, gab's irgendwie, weißt du, es gab einen Ghostbusters. Und es gab irgendwie, also, es ist, ja, doch, es gab so ein paar, es gab so ein paar ikonische Marken, die es immer mal wieder auf dieses Headset geschafft haben, aber am Ende immer so ein Rohrkrepierer waren, weil sie halt dann doch nicht mehr als ein billiges Mobile-Spiel waren. Siehe jetzt Stranger Things, was da auf uns zukommt, ja. Wo ich mir denke, oh, Leute, wie könnt ihr so eine fette Lizenz nehmen und mit so einem Pseudo-Game zusammenballern? Ja, aber das meine ich. Das ist kontraproduktiv. Und genau, und jetzt sind wir bei dem Punkt, den du abgeschlossen hast, nämlich, sie wollen das, glaube ich, im großen Stil noch gar nicht, was, wenn du ja zurückguckst auf die letzten sechs Jahre, und dazu kommen wir ja jetzt gleich auch, auch auf diesen Hardware-Marathon hinausläuft. Weil aktuell jedes Jahr eine so große Iteration in den VR-Headsets noch vorhanden ist, dass man quasi sagen könnte, Meta sagt jedes Mal, ah, komm, wir warten noch zwei Generationen und dann bringen wir eine fette Marke aufs Gerät, wenn wir technisch das und das können oder so, ja. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt, wenn wir mal nur die Quest-Reihe betrachten, äh, und nicht mehr, dann korrigiere mich, aber dann sind wir mit der, mit der Quest 1 2016 gestartet, dann gab's irgendwann, wann war denn die Quest 2? Zwei Jahre später. So, die war dann, genau, die war dann 2020? Nee, 21. Doch, 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 nee, nee, also ich hab's grad offen, sorry, ich hab's grad offen, genau, also Quest 1, du hast recht, äh, Quest 1 war Mai, Mai 2019 und, und die Quest 2 war dann Oktober 2020, ja, dann hatten wir die Pro, die setzen. Wie schnell das, also, der Abstand, das war nicht mal zwei Jahre. Und sorry, aber auch da wieder mit der Quest 2, was die damals an Hardware da reingepackt haben, ich hätte jede Wette verloren, ich hätte jede Wette verloren, dass die da einen XR-Chip reinpacken, der zum damaligen Zeitpunkt so was von State of the Art war. Ich kann mich erinnern, dass wir auch nicht damit gerechnet haben, dass die so viel besser ist, wir haben gesagt, ja, das wird sicherlich ein bisschen besser werden, das ist schon in Ordnung und dann haben wir uns das Ding auf den Kopf gesetzt, haben gesagt, so, wow, no way geh ich zurück. Wow. Ich glaube, ich glaube, das war auch der Grund, warum dann von Oktober 2020 bis zum Oktober 2023, nämlich zum Release der Quest 3, äh, das so lange gedauert hat, weil sie mit der Quest 2 damals so, so krass vorgeliefert haben, dass sie das Ding einfach drei Jahre lang pflegen könnten. Aber nichtsdestotrotz, darauf wollte ich hinaus, von 2019 bis jetzt haben wir drei Quest-Headsets von denen gesehen, wie gesagt, pro mal ausgeklammert, weil es kein echtes Consumer-Gerät war. Und jetzt komme ich zu so einer Frage, die mir immer wieder so im Casual-Bereich begegnet, obwohl wir das, diese Release-Zeiträume aus dem Handy-Markt, bleiben wir mal beim Handy-Markt, ja, eigentlich gewohnt sind, es gibt jährlich eine neue Iteration von dem Samsung, von dem iPhone, von dem weiß ich nicht was, Xiaomi, schlag mich tot, LG, irgendwas, ne? Ähm, die bringen jährlich neue Geräte raus. Facebook hat das jetzt nahezu ähnlich mit der Quest-Reihe gemacht, aber bei Aufkäufer-Sicht sorgt das oft dafür, dass ich dem Argument begegne, ich kaufe mir noch keine VR-Brille, ich warte noch mal x Jahre, bis die geiler genug sind. Ja. Und ich denke, warum macht ihr das bei Smartphones nicht, aber bei VR-Brillen? Das machen sie bei Smartphones deswegen nicht, weil die meisten Apps auf jedem fucking Smartphone laufen. Ist so, ne? Ähm, genau, und das große Problem, das sehen wir ja gerade, naja, jetzt die Quest 1 wird eingestellt, der Software-Support wird eingestellt, ist ja schon eine ganze Weile so, dass da keine Apps mehr großartig für gemacht werden, aber du hast ja auch ein großes Problem mit der Rückwärtskompatibilität. Ähm, müsste es teilweise, muss es neu geportet werden, ähm, dann natürlich werden die für die neuen Geräte entwickelten Sachen, die haben eine viel höhere, die haben eine ganz andere Performance, die haben eine ganz andere Anforderung, die haben eine ganz andere Leistung, dann muss dann gegebenenfalls runtergepatcht werden. Das ist ja übrigens auch eine dieser strategischen Fragen, die ich nicht so richtig verstanden habe, wieso man eine Quest 3 rausbringt, aber dann sowas wie Asgard's Rest für die Quest 2 entwickelt. Also, natürlich klar mit der Installationsbasis grundsätzlich, ne? Also, das sagt man, möglichst viele mitbringen, aber wenn ich sowas habe, dann hab ich ja normalerweise, will ich das ein Showcase haben. Und nicht irgendwie ein halbes Jahr später kommt dann die Quest, ähm, ähm, das Quest-Update dazu, das ist also auch noch ein bisschen strange. Und deswegen glaube ich, dass die Strategie, was die Software angeht, eher so eine Mitläuferstrategie ist, ähm, wo es dann heißt, dass es uns erstmal relativ egal, vor allem auch, wenn man natürlich schaut, dass der Großteil oder mindestens die Hälfte des Geldes, was Marc in dieses Thema investiert, gar nicht in VR geht, gar nicht in die Quest-Brille an sich, sondern vor allem in das Thema Augmented Reality. Da werden wir ja wahrscheinlich dann Ende dieses Jahres die erste richtige AR-Brille sehen von Meta. Ja. Und dann, ne, die Anzeichen sind zumindest da, dass das dieses Jahr stattfinden könnte, so. Vielleicht machen sie's, ich weiß nicht, auf welcher Connect war das nochmal, wo sie nur mit so einem ominösen Koffer unterwegs waren? Ich glaub, das war der Quest-Pro-Ankündigungsgeließe. Nee, 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 Meta, wo sie sich umbenannt haben. Ja, war das, wo sie dann gesagt haben, hier, wir haben in dem Koffer das Aktuelle vorstehen. Ja, ja, und die haben das nicht gezeigt, total geil. Das ist aber schon ein Reinfall. Legendär. Wir sitzen da, gucken auf die Scheiße und machen den Koffer aus und dann ist es vorbei und wir dachten so, du willst mich verarschen. Was ist da los? Das war dieselbe Quell, das war dieselbe Meta-Connect, wo sie übrigens auch GTA San Andreas angekündigt haben. In einem Satz nebenbei und das ist bis heute ... Es wird unter den Teppich gekehrt, ne? Unfassbar. Also, ich mein, im Kern, was du gerade sagst, ist, im Kern ist es so, beim Smartphone hat man recht schnell das Gefühl gehabt, das Smartphone ist zu Ende entwickelt, glaube ich, ja. Ja, äh, ein Smartphone, ein Smartphone-Update macht man jetzt, weil man, entweder weil sein Gerät kaputt ist, weil es irgendwo auch eine Bewertung benutzt, also wie sagt man, ein Gebrauchsgegenstand ist, ja, für manche. Ähm, Gott, Entschuldigung, ein Verbrauchsgegenstand, das wollte ich sagen, ein Verbrauchsgegenstand. Und dann sagt man irgendwann, okay, ich kauf mir jetzt ein neues, weil meins ist kaputt. Oder man wartet vier Jahre, kauft sich ein neues und freut sich dann über plötzlich eine deutlich bessere Kamera, weil vier Jahre macht es sich dann schon irgendwo bemerkbar. Und die Leute, die jährlich upgraden, sind wir uns ganz klar, das sind ja nur die Hardliner für egal welche Herstellerbasis. Das spielt keine Rolle. Und nichtsdestotrotz ist es aber im VR-Bereich, wenn man den mit dem Smartphone-Markt mal vergleicht, schon so, dass die Hardware-Iterationen, die wir da haben, viel größer sind. Also der Abstand ist zwar fast gleich, ja, aber von einer, von einer Quest 1 auf eine Quest 2, der Abstand war riesig, war riesig. Das war nicht, das war nicht iPhone 3 auf iPhone 4 oder iPhone 4 auf iPhone 5, sondern das war, gefühlt war das iPhone 3GS auf iPhone 8, ja, wenn man, wenn man so will. So, und das Gleiche, und das sieht man natürlich auch, das Gleiche dann mit der, mit der, mit der Meta Quest 3, ne, das war auch ein Riesenschritt. Natürlich ist irgendwo der gleiche Prozessor verbaut, aber es ist ja nicht immer nur der Prozessor, der geupgradet werden muss, also in einer, in einer gleichen Äquivalenz. Also ich gehe auf die Quest 2 nicht mehr zurück, ne. Also das ist vollkommen klar, wenn ich, ist so, ist so. Quest 3 ist das Nonplusultra gerade für mich, was Bildhaltigkeit angeht, etc. Natürlich das Mixed Reality ist eine ganz andere Geschichte. Und, und ich glaube, und ich glaube, das führt halt zu zwei Problemen. Zum einen, die, die Leute draußen am Markt wissen irgendwie, naja, wenn ich jetzt vielleicht ein Jahr oder zwei warte, kriege ich doppelt so gute Hardware, die sich, die sich aber auch eben in der Nutzungsexperience bemerkbar macht. Wie du schon sagst, beim Smartphone, die App sieht immer gleich aus. Ich habe es gerade mal gegoogelt, ne. Ich meine, ist ja eine gute, ist ja eine tolle Sache. Das iPhone 3GS, das ist mein erstes iPhone gewesen, das erschien, das erschien im Juli 2008. Möchtest du raten, wann der Software-Support dafür eingestellt wurde? Ne, will ich nicht. Gut. Sechs Jahre später, 2014. Das ist gut. Das hätte ich nicht gedacht, ja. Bei Android ist es deutlich kürzer. Man konnte dieses Gerät sechs Jahre lang verwenden. Ja. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, wo man respektive auf den heutigen Cast geblickt sagen könnte, hey, jetzt haben wir eine Quest 1, das Schmuckstück, was da hinter dir liegt, 2019 released. Und jetzt ist der Hardware-Support eingestellt. Aber da sind wir nicht weit von weg von einem Fünf-Jahre- oder wir sind bei einem Fünf-Jahres-Zyklus an Software-Support. Und das finde ich okay. Das ist okay. Also vor allem für so ein neues Produkt, vor allem für so ein nischiges Produkt, vor allem für so ein experimentelles Produkt, das muss man ganz klar sagen, das ist das Erste seiner Art, also in dieser Form gewesen, vollkommen in Ordnung. Also das auch so lange zu ziehen. Oder? Ja, ja, absolut. Also ich habe da auch überhaupt gar keinen, also wenn da jetzt irgendjemand sagt, oh, wieso denn und überhaupt, komm, wach mal auf. Das ist eine sehr innovative Nische, in der du dich gerade bewegst und das wird trotzdem noch eine ganze Weile dauern. Aber jetzt, wenn wir einfach nochmal weiterdenken, rein theoretisch gedacht, und ich habe vorhin von Dreamern und Visionären gesprochen und das sind wir nun mal auch im Herzen, auch wenn wir oft sehr pessimistisch klingen, sind wir die totalen Optimisten. Das ist nun mal einfach so. Also wer den Subtext bei uns raushören kann und das Schlange tötet, der weiß ganz genau, was die stündige Schlange ist. Und das sieht dann nämlich eben so aus, wenn wir uns anschauen, was ist jetzt in den letzten Fünf oder in den Zehn Jahren passiert. Und dann, was ist denn in den weiteren Zehn Jahren? Wenn wir uns einfach mal vorstellen, die Miniaturisierung wird immer besser. Wir haben irgendwann Micro-OLED, die richtig gut funktionieren, die auch preislich vernünftig hergestellt werden können, dass man sie in solche Brillen basteln kann. Vielleicht passiert noch irgendwas mit der Kühlung, dass man da noch ein bisschen besser wird und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und dann sieht das vielleicht schon wieder anders aus, wenn es viel, viel leichter ist, viel leistungsfähiger. Und dann lohnt es sich vielleicht auch zu sagen, so, wir haben jetzt sozusagen intern es geschafft, eine bestimmte Grenze zu erreichen, wo wir sagen, ab jetzt können wir voll auch in Software investieren. Wir haben auch unsere ganzen UI-Spiele rein. Ich hoffe ja immer noch dieses Jahr auf eine vernünftige UI, UX von Meta. Bitte mal das Menü überarbeiten. Dankeschön. Haben wir lang genug rum experimentiert, lang genug rum iteriert und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, die Basis ist da, die bleibt auch so, das wird dann, also das nächste Update kommt dann halt erst in drei Jahren oder so. Und es ist dann auch nicht so groß, dass jeder darauf springen muss, sondern auch dann kann ich noch mit sehr guter Software, mit dem ursprünglichen, ich nenne jetzt mal Erlkönig, herumarbeiten, was aktuell eben nicht geht. Du kannst aktuell die Sachen, die du mit der Quest 3 heute spielen kannst, könntest du niemals mit der Quest 1 spielen. Und dann wird ein Schuh draus am Ende. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen Glaskugel. Hängt hier davon ab, wie entwickelt sich das weiter. Wobei wir natürlich auch wiederum wissen, das muss man auch dann dazu sagen, die haben natürlich in ihren Reality Labs Prototypen, gerade erst Ende letzten Jahres ging eine Meldung durch, wo sie gesagt haben, dieser Prototyp mit dem Retina-Display und so weiter und so fort, den könnten sie theoretisch bauen, der wäre nur gerade unbezahlbar. Ja. Und das ist auch wieder, um diese Smartphone-Analogie nochmal aufzumachen, ist das ein super wichtiger und super relevanter Punkt, den du auch gerade aufgezählt hast, der allgemein auf die Spatial Computing-Branche einfach zukommt. Bei einem Smartphone ist das so, ein vier Jahre altes Smartphone spielt immer noch die gleiche App wie jetzt ab, aber in einer vielleicht schlechteren Auflösung oder in einer geringeren Refresh-Rate oder sie braucht ein bisschen länger, um zu öffnen. Aber prinzipiell kann ich mir mein Bahnticket noch genauso bestellen oder meinen Kalender öffnen oder so. Oder ein SMS schreiben oder Bilder angucken. Exakt, exakt. Und jetzt mal Latenz oder so rausgelassen. Einfach nur über die grafische Qualität gesprochen. Wenn ich aber plötzlich deutlich mehr grafische Effekte habe oder eine schönere Auflösung habe oder nehmen wir mal die Apple Vision Pro mit ihrer unfassbar tollen Handverdeckung, die die Hände so großartig freistellt vor diesen virtuellen Objekten, was auch eine technologische Meisterleistung ist. Dann sind halt auch in Anführungszeichen kleine Schritte von unfassbarer Bedeutung für dieses Spatial-Computing-Zeitalter. Vor allem, weil du es ja auch direkt von, anders als das Smartphone, was auch nochmal auf Distanz funktioniert, dort bist du ja, hast du das Ding eben vorm Gesicht hängen. Das ist nochmal ein riesiger Unterschied. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht hier sogar vor einem unlösbaren Problem stehen, dass man hier niemals, in Anführungszeichen, niemals den Punkt des zu Ende Entwickelten erreicht hat, bis es so aussieht wie echt. Warum? Weil es ein so verfickt natürliches Scheiß, durfte ich das sagen, oder fliegen wir jetzt bei YouTube raus? Ich piepse es einfach weg. Wir monetarisieren eh nicht mehr, weil die uns rausgeschnitten haben. Ja, fick dich, YouTube. Fuck off, Google. Also, ne, ob das quasi dann einfach das Problem ist, weil wir dieses Gerät halt nur mal vorm Gesicht tragen. So, und es ein Teil unserer Umgebung ist. Also, ist es wirklich am Ende erst dann ausentwickelt und dann spielt technologischer Fortschritt keine Rolle mehr, wenn es aussieht wie echt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren. Alter, ich hoffe, dass wir es erfahren werden. Ich zweifle manchmal dran. Nee, also schau mal alleine, was da gerade auch im Bereich KI. Was gerade los ist, ne? Und ganz viel, was mit Grafik zu tun hat, ganz viel, was mit Performance zu tun hat. Meta hat es bewiesen. Was haben die alles mit KI gemacht, mit dem Handtracking und so weiter? Was haben die da rausgeholt? Also, ich bezweifle sehr, dass wir hier schon an einer Grenze sind. Ich glaube, da ist eher nach oben hin der Trichter offen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die entsprechenden Algorithmen und so weiter entwickelt sind, die da noch krass viel rauswählen werden. Also, man darf auf eine Sache immer wieder verweisen. Also, mal angenommen, wir würden nicht unter wirtschaftlichen Aspekten arbeiten, sondern nur, was technisch möglich ist. Dann würde ich behaupten, hätten wir eine Cloud-Render-Farm aus Hardware-Power, die auf eine 4-Air-Brille streamt, in einer technisch möglichen Latenz, dann hätten wir jetzt schon die Möglichkeit, ultrarealistische Welten auf eine 4-Air-Brille zu beamen. Ich meine, wenn man mal auf die Codec-Avatare guckt, die fantastisch aussehen, egal wie Demo-behaftet und Ankenny sie an manchen Stellen noch wirken mögen, trotzdem ist das auch wieder, was technisch da abläuft, unfassbar grandios. Und man sieht ja, dass es in vielen Bereichen der VR-Entwicklung gerade in der Darstellung realistischer Avatare geht. Apple versucht es lokal auf der Hardware zu lösen und, naja, man sieht halt das. Ja, aber gar nicht so schlecht. Genau, nicht schlecht, aber man sieht das so nass, den man jetzt im Raum sehen kann. Ja, super Schritt. Es ist, genau, es ist ein super Schritt auf jeden Fall, aber wir sehen halt eben, dass es noch weit weg von Fotorealismus ist und ich meine halt nur, ich glaube, auf einer Technologie oder auf einer Forschungsebene würde ich sagen, ist das alles schon erreichbar, was wir beide uns wünschen. Aber man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, warum haben sich Cloud-Konsolen noch nicht durchgesetzt oder Cloud-Only-Konsolen, weil es keine Infrastruktur weltweit dafür gibt, weil ein Microsoft und ein Sony überall Konsolen verkaufen möchte. Ja, warum hat sich Cloud-Gaming noch nicht durchgesetzt? Aus dem gleichen Grund. Es ist einfach absurd, wie schlecht eine weltweite Hochleistungs-Internet-Verfügbarkeit aussieht. Und genau das sorgt dafür, dass wir eigentlich völlig unwirtschaftlich die Lokale, die Power, die Rechenpower immer noch lokal benötigen. Naja, das ist genau so ein bisschen dieses Problem, deswegen bin ich auch sehr froh darum, dass Meta seine Milliarden da reinballert in dieses ganze Thema. Also es gab schon in den 1990er Jahren gab es das 3-Liter-Auto. Ja, also das ist nur 3-Liter-Auto. Bis heute, was fährt da alles? Die Autos werden immer größer und verbrauchen immer mehr und alle freuen sich. Warum? Ja, die Leute, ihr kauft es, hallo. Und wenn das gekauft wird, dann wird es hergestellt. Und warum sollte man sich dann was Neues überlegen? Also das Prinzip dahinter findet man so häufig überall wieder und es gibt so viele Technologien, die irgendwann mal als vielversprechend gefeiert wurden und wo man dann am Ende aber gesagt hat, ja, aber die Leute nehmen das andere halt besser an. Also warum sollte ich da noch mein Geld in der Forschung zerschwenden oder was? Das kann ich in 10 Jahren vielleicht tun. Naja, und am Wochenende wird es 30 Grad, aber wir wollen nicht zurück in dieses Rapid-Hobel-Froding. Wir fangen an zu schwurbeln. Pass auf, wir erlauben uns zum Abschluss noch eine Sache. Wir sind einstimmig froh, dass Facebook Meta-Oculus das ganze Ding so weit getrieben hat. Übrigens, das muss ich noch kurz erwähnen, es ist am Ende aber auch nach wie vor lachhaft, wie sehr Meta, Facebook, Oculus immer noch darunter krankt, all diese drei Namen in irgendeiner Form zu vereinheitlichen. Ja, ja. Ja, also in der App findest du immer noch Oculus-Ewenungen. Irgendwelche URLs und so gibt es immer noch mit Oculus-Ewenungen. Katastrophe, ich meine, ey, ihr seid finanziell, seid ihr so krass am Start und kriegt das nicht geschissen, das Internet von diesen Fähigkeiten und eure eigenen Webdesigner zu vereinigen. Fähige Webdesigner bitte einstellen und dann einfach mal sagen, komm, zieh mal bitte unsere URL, scheiße gerade. Äh, ich, ich verbuche, ich verbuche sowas immer dann unter Hommage, wo ich mir denke, so, ja, komm, sie, sie, sie machen das als Fanservice. So bist du ein Easter Egg, oder? Ich hab wieder eins gefunden. Finde ich auch. Also heißt, heißt die App nicht eigentlich sogar noch Oculus? Ja, ich glaube es. Ich hab mein Handy gerade, ich weiß es nicht mehr. Die heißt doch Oculus-App, ja, ja. Ich, 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 ich klicke da, ich klicke da immer nur drauf, weil ich dieses, äh, dieses alte Oculus-Logo noch sehe. Ähm, aber ja, worauf ich hinaus wollte war, wir haben, wir haben uns einstimmig damit, äh, die Hand gegeben und gesagt, das war gut, was sie die letzten Jahre gelöst haben, äh, die letzten Jahre auf den Markt gebracht haben. Wir erlauben uns mal einen Blick auf die nächsten acht, ähm, oder auf die nächsten zehn. Wir müssen ja eigentlich die nächsten zehn nehmen, wenn wir von der Investition sprechen. Ähm, glaubst du, an, an wie viel, an wie viel VR-Headsets von Meta glaubst du in den nächsten, ähm? Das ist acht, zehn Jahre. Die nächsten zehn? Ja. Wir haben jetzt herausgefunden, ich möchte erwähnen, zwischen Quest 2 und Quest 3 lagen drei Jahre. Also ich glaube, ähm, wir werden weniger VR, also, oder XR-Headsets sehen, sondern die werden sich weiter Richtung, ähm, AR-Brillen bewegen. Ähm, das sieht man auch gerade aktuell. Ist das für dich Pass-Through? Ich muss das fragen. Sorry, Nerd-Frage, aber ist, also, mit XR meinst du Pass-Through-Brillen? Und mit AR meinst du transparente Displays? Ja. Ich muss das fragen. Nee, das ist, boah, Leute, also, ja. Die Definitions-Ecke ist da hinten, geht dort spielen, stellt euch hin und, ähm. Dann muss ich da hingehen, aber ich find das wichtig. Ich vermute mal, na, ich würd mal sagen, es kommen auf jeden Fall vier, mindestens vier XR-Brillen trotzdem. Die kommen trotzdem, ähm, vor allem, weil sie, ich glaube, sie werden dort iterieren, was sie eben halt oder viele Techniken testen auch, die sie eben halt in einer alltagstauglichen, äh, AR-Brille, also nicht Pass-Through-Brille, ähm, verwenden wollen. Ähm, es wird aber gleichzeitig, äh, mindestens zwei oder drei eben solche AR-Brillen geben, bin ich mir relativ sicher. Also, spätestens 2027 wollten sie die auf den Consumer-Markt chippen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen eher passiert. Was, wann, 2027? Also, dieses Jahr wollen sie ja sozusagen diese Demo machen. Da gab's nochmal diese Geschichte mit den verschiedenen, ähm, ich glaub, Wellenleiter sind es, Wellenleiter-Technologien, äh, gibt's eine sehr teure. Das soll in diesem Jahr gezeigt werden. Die haben auch ein größeres Sichtfeld. Ich glaub, 60, 60 Grad oder so. Lasst mich nicht lügen. Kann sein, dass es nicht ganz so richtig ist. Sie gehen dann wieder zurück für die Consumer-Version auf das günstigere, weil das deutlich günstiger ist. Hat allerdings auch ein kleineres Sichtfeld an der Stelle. Was schlecht ist, weil da waren wir schon mal, ne? Also, 50 Grad war, 50 Grad war HoloLens, 50 Grad war... Nehm' ich das erst mal. Gefällt mir gut. Einverstanden. Und ich glaube, auf dem Wege, sie werden zweigleisig das Ganze weiterentwickeln, vor allem eben halt mit diesen XA-Brillen wie der Quest 3. Die werden auch definitiv deutlich besser werden. Ich glaube auch, die werden nie weggehen, weil das wird sich so ein bisschen etablieren als, ja, wir haben immer schon drüber gesprochen, so wie so eine Konsole. Es muss nicht unbedingt rein Gaming bleiben, auch wenn das für die nächste Zeit, garantiert für die nächsten zehn Jahre, der Hauptdriver bleiben wird. Dafür ist einfach der gesamte Rest nur Potenzial behaftet. Wir kennen dieses schöne Wörtchen mit Potenzial. Gaming hat bewiesen, dass es darauf sehr gut funktionieren kann. Das heißt, das werden sie definitiv etablieren und es wird so ein bisschen in einer Liga spielen, eben wie PlayStation und Xbox. Und der gesamte Rest wird sich sehr stark Richtung AR-Brillen bei Meta entwickeln. Aber das wird noch dauern. Also, ich sag mal, sieben Brillen insgesamt. Deine Schätzung ist gut. Du hast gesagt, vier XR-Brillen und zwei bis drei AR-Brillen. Mathe, sieben. Hallo. Ich wäre da fast mitgegangen. Ich hätte gesagt, wir sehen drei XR-Brillen. Also, damit meine ich Pass-Through-VR-Brillen. Und hätte zwei AR-Brillen prophezeit. Aber deine Analyse gerade ist gut. Die ist gut. Also, deine Analyse ist gut. Da kann ich ... Aber wäre ja langweilig, wenn ich das Gleiche sage. Das wäre ja langweilig. Das wäre ja langweilig. Das macht ja keinen Spaß. Ich muss aber sagen, eine Sache, die mich wirklich massiv umtreibt, ist ... Ich glaube, der größte Klotz am Bein, den Meta gerade hat, ist Android. Und das ist mir aber erst klar geworden, als ich mich jetzt intensiver mit Vision OS beschäftigt habe. Also, die Apple-Brille mit ihrem nativen, für die Brille bereitgestelltes Betriebssystem. Und ich habe das Gefühl, solange Meta es nicht schafft, dort betriebssystemtechnisch entweder wirklich einen großen Schritt nach vorne, nach oben zu gehen und dieses System aufzubrechen oder sogar ihr eigenes zu entwickeln, wird das Ding im Markt immer als Spielzeug wahrgenommen. Auch wenn es das nicht mehr ist. Ich will ja nicht sagen, dass Android gleichzusetzen ist mit Spielzeug, aber ich habe das Gefühl, das ist gerade ihre Achillesferse, befürchte ich. Weil sie damit nie wirklich eine native Windows-Integration bekommen werden, so wie man sich das vielleicht wünscht. Also, Brille aufsetzen, meinen Windows-PC angucken und verbinden. So wie bei Apple. Und ich hoffe, dass sie das in den nächsten zehn Jahren in den Griff bekommen, dass sie wirklich vielleicht an einem eigenen Betriebssystem schrauben. Ich würde sogar so weit gehen und ich hole nochmal meine große, große Wette raus und sage, als jemand, der das Metaverse aufbauen will, fehlt ihnen meiner Meinung nach eine ganz entscheidende Komponente und das ist eine 3D-Engine. Ich weiß nicht, ob sie einen 3D-Engine-Hersteller kaufen werden oder ob sie anfangen werden, eigene offene, ich mache mal so Anführungszeichen, eigene offene 3D-Formate wie Apple gerade auf den Markt zu bringen. Also die arbeiten ja viel mit USDZ, nennt Apple das. Das ist ein offenes Open-Source-3D-Format. Und ich weiß nicht, ob irgendwas in die Richtung geht. WebXR werden jetzt viele Fans aus der VR-Branche schreien. Aber um es kurz zu machen, hier sehe ich noch zwei große Schlüsselkomponenten, die Meta gerade fehlen. Betriebssystem und Grundbaustein für 3D-Welten. Diese sind da gerade sehr Unreal-Unity-abhängig und ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Ich meine, gut, Autohersteller besitzen jetzt auch keine Tankstellen. So, um mal dabei zu bleiben. Ist jetzt auch getrennt voneinander, ne? Aber so ein bisschen, so ein bisschen fühlt sich das so an, als fehlt Meta da noch ein Baustein für ihre Strategie. Ja, ich bin mir da auch noch nicht ganz so sicher. Also ich glaube, den ersten Schritt wird es reichen. Meta, ihr habt es gehört. Bitte einfach mal erstmal schon mal eine gute UI, damit man damit vernünftig arbeiten kann. Die Quest 3 hat es verdient, also bitte tut es doch einfach. Und dann kümmert euch darum, dass ihr den Android-Shit auf die Reihe bekommt. Und dann kümmert ihr euch darum, das Ganze Open-Source zu machen. Und dann wird alles gut. Ben, ich tue dir einen Gefallen. Ich bin ja nur Freiberufler für euch. Ich schiebe dir mal einen Werbeblock ein. Ich würde sogar sagen, Leute, Meta, bitte fangt sogar noch früher an. Kontaktiert auch mal die Leute von Deep Content. Einer davon sitzt gerade bei mir hier mit im Podcast, glücklicherweise. Und lasst euch erklären, wie anständiges Marketing funktioniert. Genau, ja, ja, das hatten wir schon ein paar Mal. Macht doch bitte etwas nutzerzentriertes Marketing. Bisschen Arogan. Das würde dem, ja, komm. Wir stoßen jetzt Syphi Sand mit so einem virtuellen Wein an oder Whisky oder so. Das machen wir hinterher. Ja, ich fahre mit einem Lambo nach Köln und dann gehen wir ein. Das ist ein E-Lambo, ist das? Das ist ein E-Lambo. Ich habe gar kein Auto, Mann. Ich shoppe doch gar kein Auto. Na gut. Jetzt wissen wir alle, wie alt du bist, weil du diese Werbung zitierst. Ja. Gut, Ben. Wenn du weißt, wenn es so weit ist, müssen wir einen guten Abmoderationspunkt finden. Ja, ich muss gleich ins Bett, also. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.